Moin, der Baby hier. Willkommen zurück. Heute habe ich einen kleinen Guide für euch und zwar für den Warzone DMC Modus, wie der so allgemein funktioniert, was wir hauptsächlich machen können und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Der DMC Modus gehört mit zu Warzone, weshalb der auf Free2Play ist, also jeder von euch kann ihn spielen. Wir können ihn hier separat anmelden, also das ist getrennt und hauptsächlich spielen wir gegen KI Kämpfer, also Bots in DMC. Es gibt natürlich auch ein paar echte Spieler, das sind aber nicht ganz so viele. Wie viele es genau gibt, weiß ich nicht, aber man trifft relativ selten auf die anderen Spieler. Und falls ihr euch fragt, warum ihr den Modus spielen solltet oder was man hier machen kann, weshalb man ihn spielt, und zwar sind das einmal die Fraktionsmissionen. Die Fraktionsmissionen sind Aufgaben, die wir in DMC erledigen können, die uns dann hinterher Belohnungen geben, zum Beispiel XP, Waffenbaupläne, Operator Skins, Embleme und so weiter, also da kriegt man einiges. Es gibt insgesamt drei Fraktionen, die für uns Missionen haben, die wir dann abschließen können, das geht immer bis 100%, also das dauert ziemlich lange, das sind sehr viele Missionen. Und ganz am Anfang haben wir erstmal nur Legion Stufe 1, also die drei Missionen hier, zum Beispiel wenn man Weißer Lotus machen möchte, muss man erstmal die Legion abschließen, also die Stufe 1, damit sich das hier freischaltet. Und für den letzten Modus genauso, hier müssen wir jetzt Stufe 2 erreichen, für die erste Fraktion und für die zweite, damit wir das dann freischalten können. Als Beispiel zeige ich euch das jetzt hier einmal, und zwar hat jede Stufe, egal ob jetzt Legion oder Weißer Lotus, immer eine Hauptquest. Und zwar ist das die letzte, die immer das Schloss davor hat. Die müssen wir erstmal freischalten, damit wir die dann erledigen können, und wenn wir die erledigen würden, würden wir auf Stufe 2 zum Beispiel aufsteigen, und dann haben wir wieder neue Missionen, und das geht halt immer so weiter. Also damit wir die Hauptmissionen hier freischalten können, müssen wir erst die ersten drei Missionen erledigen, und dafür könnt ihr die dann zum Beispiel hier auswählen. Wir können immer insgesamt drei Missionen mit in einer Runde nehmen, hier ist es jetzt gerade passend. Hinterher kommen zum Beispiel dann noch fünf oder sechs Missionen, und davon könnt ihr euch dann immer drei aussuchen, die ihr dann mit in die Runde nehmt. Das Coolste an der Mission ist, dass ihr die auch zum Beispiel nochmal abwählen könnt, und der Status, also der Fortschritt, den ihr schon gemacht habt, der bleibt bestehen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt noch eine andere Mission habt, auf Stufe 2 oder 3, und die ihr erst machen möchtet, und die ihr erst zum Beispiel hinterher, dann könnt ihr die erstmal abwählen, und ihr müsst keine Angst haben, dass ihr dann halt, wie gesagt, diesen Status hier verliert. Der bleibt immer bestehen. Und was auch noch cool ist, dass viele Aufgaben für die komplette Gruppe zählen. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr diese Mission hier machen möchtet, aktiviere einmal einen Drohnturm, und ihr wisst selbst nicht, wo der ist zum Beispiel, aber euer Teammate, aktiviert den gerade, dann wird eure Quest hier, also eure Mission, auch abgeschlossen. Und von solchen Aufgaben, also die so übergreifend sind, zum Beispiel mit irgendwas aktivieren, davon gibt es viele, dass ihr dann zum Beispiel die nicht machen müsst, die können dann eure Teammates auch machen, und die schließen sich dann automatisch ab. Aber hier zum Beispiel so Sachen, wo ihr Sachen plündern müsst, das müsst ihr selber machen, oder Sachen evakuieren, also extrahieren, das sind so Aufgaben, die man selbst machen muss. Nachdem ihr dann die ersten drei Missionen hier abgeschlossen habt, könnt ihr dann die Hauptmission machen, dann sollte das Schloss hier bei euch auch weg sein, und dann könnt ihr die drei Aufgaben erledigen, und sobald ihr die Aufgabe erledigt habt, könnt ihr Stufe 2 in Legion machen, also dann schaltet sich die nächste Reihe frei, da gibt es dann wieder neue Missionen, und das geht dann halt immer so weiter. Als nächstes schauen wir uns jetzt mal unsere Ausrüstung an, und zwar hier oben unter Waffen. Jetzt haben wir hier einmal diese Übersicht, was wir hier so machen können, und zwar hier oben auf Soldat haben wir einmal die Panzerweste, die Gasmaske, Abschussserien, und die Selbstwiederbelebung. Das sind alles Gegenstände, die wir in DMC looten können, oder auch teilweise am Shop kaufen können. Wir können die dann auch mit aus der Runde nehmen, wenn wir nicht sterben, also erfolgreich evakuiert werden, dann haben wir die nochmal für die nächste Runde zum Beispiel, was ziemlich praktisch ist. Und falls ihr mal aus der Runde nicht rauskommen solltet, oder ihr abgeschossen werdet, dann verliert ihr die Sachen, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Als nächstes haben wir den kleinen Rucksack, und zwar sind das Schlüsselplätze. Hier können wir insgesamt fünf Schlüssel zum Beispiel mit in einer Runde nehmen, und wir haben auch noch ein Schlüssellager, wo wir 20 Schlüssel lagern können. Schlüssel können wir überall finden, also das heißt, die können irgendwo drin sein. Die können zum Beispiel beim Gegner fallen gelassen werden, wenn ihr die abschießt, also da gibt es viele Möglichkeiten. Und mit den Schlüsseln könnt ihr spezielle Räume aufschließen, die werden euch aber auf der Karte nicht angezeigt. Da werde ich auch nochmal irgendwann ein separates Video drüber machen, die muss man erstmal alle finden. Also dieses Schlüsselthema ist etwas komplizierter. Sammelt die einfach am besten immer, die Schlüssel haben auch drei Aufladungen. Wenn ihr dann zum Beispiel mal so einen Schlüssel irgendwo benutzen könnt, weil ihr wisst, wo die Tür ist, oder die Truhe, die ihr aufschließen könnt, dann haben die Schlüssel immer drei Aufladungen. Also ihr könnt so einen Schlüssel dreimal benutzen, bis der nicht mehr funktionsfähig ist. Und in solch einen Raum, wo man so einen Schlüssel benutzen muss, weiß ich selbst noch nicht. Ich kann euch nicht sagen, was man da genau bekommt, aber ich denke mal, da wird Geld drin sein, oder irgendwelche Waffen. Halt so diese DMC-Sachen, die man auch so findet. Als nächstes haben wir dann jetzt unsere Ausrüstung noch, und zwar können wir immer zwei Waffen mitnehmen, oder auch nur eine. Wir haben hier oben einmal unser Versichertenplatz, also hier könnt ihr eure Loadout-Waffen mitnehmen. Das heißt, ihr könnt irgendeine Waffe spielen, worauf ihr Bock habt, könnt ihr auch eure Aufsätze drauf machen, wenn die hochgelevelt ist. Also so gesehen die beste Waffe. Hier ist es aber so, dass ihr dann eine Uplinkzeit hinterher habt, wenn ihr die Waffe zum Beispiel einmal mitgenommen habt. Und zwar sind das ungefähr zwei Stunden, bis man dann halt zum Beispiel wieder eine neue Waffe machen kann. Für die anderen zwei Plätze müsst ihr dann halt auch wieder Fraktionsmissionen machen. Hier zum Beispiel schließt ihr Stufe 3 jeder Fraktion ab, also ihr müsst diese drei Fraktionen auf Stufe 3 abschließen, damit ihr diesen Platz hier bekommt. Und für den dritten Platz müsst ihr, egal bei welcher Fraktion, einmal die Stufe 5 abschließen, damit ihr den Platz hier bekommt. Also das sind hier auf jeden Fall die drei besten Waffenplätze, die man haben kann. Und dann haben wir hier unten noch einmal die Schmugglerwaffen. Die können wir aus der Runde auch zum Beispiel mit rausnehmen, wenn wir nicht sterben sollten. Oder Waffen, die wir von anderen Spielern looten, zum Beispiel wenn die dann ihre Loadout-Waffen mit haben. Dann haben wir die hier unten mit zum Beispiel drin. Und das sind alles Waffen, die wir auch nicht ändern können. Das heißt, ihr könnt die einfach so nur ausrüsten und dann mit in die Runde reinnehmen. Also ihr könnt die Aufsätze nicht ändern. Und wenn man dann auch in der Runde sterben sollte oder man schafft es nicht raus, dann sind die auch für immer weg. Dann haben wir hier unten jetzt noch die Taktik, Primär- und Feldausrüstung. Die können wir immer wieder mitnehmen. Bei der Taktik-Ausrüstung nehme ich immer Stim mit, da man eine langsame Lebensregeneration hat. Und eine Stim ist ziemlich wichtig, damit man schnell Leben wiederbekommt, sonst stirbt man von den Bots, was häufig passieren kann. Bei der Primär-Ausrüstung nehme ich meistens die Sem-Tags mit. Hier könnt ihr eigentlich irgendwas aussuchen, was für euch am besten ist. Und bei der Feldausrüstung nehme ich meistens immer die Munitionskiste mit. Wenn ihr dann jetzt euer Loadout fertig gemacht habt, also eure Ausrüstung für den Modus, dann könnt ihr jetzt auf Einsatz klicken. Dann habt ihr nochmal eine Übersicht, wo ihr eure Mission sehen könnt. Falls ihr zum Beispiel sagt, ihr möchtet eine andere Mission noch machen, dann könnt ihr es nochmal ändern. Ansonsten geht ihr weiter auf Bestätigen. Hier seht ihr dann jetzt nochmal eure Ausrüstung, welche Waffe ihr dabei habt, welchen Schlüssel zum Beispiel und welche Primärsachen. Falls da alles okidoki ist, dann geht ihr auf Bestätigen wieder. Und jetzt könnt ihr in die Spielersuche reingehen. So, wenn ihr dann jetzt in einer Runde drin seid, könnt ihr mal eure Karte öffnen. Die normale Karte, die man halt Map nennt, das ist die Taktikkarte hier, so wird die hier genannt. Dann bekommt ihr hier einmal diese komplette Übersicht und hier oben zum Beispiel habt ihr auch nochmal diese Truppmission, wie ich das eben schon sagte. Es gibt manche Missionen, die ihr dann halt zum Beispiel einfach in einer Dreiergruppe abschließen könnt, ohne dass ihr selbst was macht. Und manche Aufgaben halt gehen nur alleine. Hier links haben wir jetzt unsere drei Missionen, die wir uns vorher ausgesucht haben. Und wenn jetzt hier zum Beispiel steht, benutze eine Taktikkarte und pinge ein Auftragstelefon, dann könnt ihr immer rechts in die Legende schauen. Da wird euch dann meistens weitergeholfen. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ein Auftragstelefon ist, und zwar sind das hier die ganz normalen Aufträge. Dieses grüne Telefon, wie man das auch schon eigentlich ein bisschen erkennen kann. Dann könnt ihr hier auf der Karte rein scrollen und dann gibt es ganz viele verschiedene Aufträge. Da könnt ihr dann halt selbst mal schauen, was es da so gibt. Und falls euch irgendwas da gefällt, dann könnt ihr das zum Beispiel annehmen. Ich sage mal hier zum Beispiel HRZ ausschalten. Das pinge ich jetzt mal an und dann wäre jetzt der erste Teil der Mission schon abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch die Information herunterladen vom Auftragstelefon. Dafür könnt ihr aber auch einen anderen Auftrag nehmen. Ihr müsst dann einfach nur den Auftrag annehmen. Der lädt dann kurz die Information herunter und dann habt ihr die komplette Aufgabe zum Beispiel abgeschlossen. Und dann gibt es noch andere Missionen, zum Beispiel wie ich aktiviere einmal einen Drohenturm. Da könnt ihr dann auch wieder rechts in die Legende schauen und schauen, wie das Ganze ausschaut. Hier seht ihr das Symbol einmal Drohentürme. Dann schaut ihr jetzt auf der Map herum. Bis ihr so einen Drohenturm findet. Hier zum Beispiel wäre einer. Den könnt ihr euch dann jetzt zum Beispiel auch wieder markieren. Dann geht ihr dorthin und aktiviert den einfach und dann habt ihr die Aufgabe auch wieder abgeschlossen. Es gibt dann aber auch einige Missionen, wo wir Sachen evakuieren müssen. Das heißt, ihr müsst die dann lebend rausbringen. Raus kommt ihr immer an diesen blauen Männchen. Dort müsst ihr hinlaufen, einen Heli rufen. Der braucht eine kurze Zeit, bis der da ist. Der bringt euch dann halt raus. Und wenn ihr die Sachen dabei habt, habt ihr die Aufgabe auch abgeschlossen. Falls ihr dann auch noch Aufgaben habt, zum Beispiel, dass ihr eine Festung einnehmen müsst oder irgendwas in der Festung machen müsst. Hier rechts in der Legende könnt ihr es dann auch wieder sehen, was es für Festungen gibt. Die sind dann auch auf der Karte markiert. Da könnt ihr euch dann irgendeine aussuchen, dort hingehen und das Ganze dann versuchen. Ja, das wäre es dann jetzt erstmal soweit. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas unklar war, schreibt mal es gerne in die Kommentare. Ich versuche euch da immer gerne weiter zu helfen. Und für die anderen Aufgaben werde ich auf jeden Fall noch separate Videos machen, wo ich euch das alles ein bisschen genauer zeige, wie die Missionen funktionieren, wo sich die Spots befinden, damit man das halt schneller finden kann. Wenn euch das ganze Video auch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Toodoloo